Ich bin Intanorm. Ja, ich habe tolle Arbeitskollegen, wir sind im Team erfolgreich und ich kann meine persönlichen Ziele weiterentwickeln und verfolgen. Für mich ist Internationalität im Tagesgeschäft verankert, weil ich täglich mit dem zu tun habe, wobei ich glaube, unsere Möglichkeiten stehen noch am Anfang, was das Ganze betrifft. Durch die ständigen internationalen Kontakte erweitert sich natürlich auch mein Know-how, mein Englisch wird besser, aber natürlich die Ansichten und die Herangehensweise an größere Projekte wird natürlich auch anders. Intanorm mit einem Wort? Ich würde sagen, grenzenlos einmal über die Internationalität sprechen.